Hallo zusammen, hier in unserer ersten Runde League of Legends. Dabei ist der Ebezzermoon, Adria. Hallo. Und der Blue Red One, Pascal. Hallo. Hallo. Ich heisse gleich wie der Dream war. Ja, ich heisse ihn auch, Pascal. Ja, cool. So cool. Ja. Ist ja lässig. Das heisst, nochmal. Hm? Der Ebezzermoon spielt Support. Ich bin super, ich gehe Blue coveren, wenn du beim Red anfährst. Hä? Ist ja auch noch geil, ich gehe Blue coveren, wenn du beim Red anfährst. Die Gegner sind alle Silber, ausser die Puppe ist auch im Rank. BATZ! Oh shit, das wird verdammt knapp. Was? Ja, wir haben mit dem Kudos, dass das rechtzeitig kommt. Ach! Ah! Was haben sie echt... ...hass sie... ...Nvidia... ...äh... ...All Support. NVIDIA als Support NVIDIA als Support NVIDIA NVIDIA Sie werden unterstützt von NVIDIA Sponsoren Die haben noch nicht mehr Ja Jynx safe Was? Ja Ja Sie spielt viel aggressiver Wenn sie es wissen Ja Genau Sie aufschläuft die ganze Dinger Büschen Das ist blöd Jawohl, ich habe bis jetzt jede Form bekommen Es sind 3 Waves Ah nein, ich habe einen nicht bekommen Oh, weil mit den Kennenlinien sind es ja Eine mehr Ah schau Ich versuche irgendwie zu schauen, dass man meine Maus in die Aufnahme ausblenden kann Weil ich glaube, das könnte noch nerven Deine Maus? Mhm Wieso sollte die dann nerven? Ja, vor dem ich in die Aufnahme geschaut habe Es fällt da aber gar nicht auf Aber die vier alle, die das machen können Die Maus ausblenden Nein, die Maus würde einblenden Eigentlich macht man gar nicht Mühe Soll ich mitleinig noch ganken? Nein, ich habe zu wenig gelaufen Ja Ich bin nicht ohne Einmal Was soll ich auch, Adrian? Wenn du den Bot nehmen verlierst Dann Ich bin doch Ich bin einfach Ich bin ein Mann Ach, ich schaffe diese Huresöhne nicht mehr Frei Wut the fuck Ah, das ist schlimm Ich habe meine Kombo gefehlt. Fuck nur wie ich meine Kombo gefehlt habe. Ich bin so schlecht. Soll ich mit dem Lee stacken? Ich hoffe es ist. Ich habe das erste gemacht. Keine Ahnung warum. Soll ich mit dem Lee stacken? Ehm. Würde ich nicht. Ich bin sicher. Ok. Ich komme nachher so spät die Lane hinein. Jaja. Nein nein ich komme nicht. Bringt es so aus ein bisschen. Eben die scheiss Jinx, die Gold sind und dann auf Kölgen. Ist der noch gequittet? Nein, jetzt mach ich mal nicht ins Spiel. Oh der ist in meinen Jungle gekommen. Warte, wenn der erste jetzt ist Connected. Jetzt ist er von hier drin. Dann ist er gegangen. Dann spass. Der Support macht es eigentlich komplett falsch. Wenn es nur einer aus der Bot Lane ist. Dann sollte er eigentlich ganz am Roamer sein. Die andere Lane ein bisschen Pressure zu bringen. Nein. Vielleicht sind es Pre-Mates und wenn du über die Cam spielen willst. So geil aufnehmen mit 60 FPS. Ich habe bei meiner Grafikkarte in jedem Spiel 60 FPS. Egal was für ein 60 FPS du bist. Aufnehmen. Was ist für eine Grafikkarte? 780. Die wollte ich nicht mehr zuerst kaufen. Aber dann ist ja die 79er und 89er rauskommt. Damit die Grafen die besser sind. Die 79er und ist sogar noch billiger. Die 87er ist jetzt meint. Oh. Und 780. Ich glaube auch. Ähm. Die Pot Tower ist halb live. Und die sind zurück. Also wenn du willst. Die Tower gut einfach kann. Würde dich nicht stören. Und du wei. Ich glaube ich sollte mal roamen. Ich glaube das wäre ein easy kill auf der Bot. Wenn ich komme mal. Ja gut. Ich muss aber noch schnell warten. Kannst du mir schon back gehen? Nein. Wir sind warten. Wir sind warten. Ja ok. Was. Was? Wo? Was? Wir sind los. Da. Was ist Mannes von Rook. Sorry. Good job. Good job. Wemate tactics. Komm runter. Mid lane. Push mal. Nein, ja. Wollen wir gerade noch mid lane? So f*** ich nicht. Sela, push die, push die auf den Bot ein bisschen schnell. Good job. Komm wir noch schnell mid lane, ist gut. Oh shit. Komm doch da, bist du blöd? Ja, sorry, sag mir. Ich kann ihn gar nicht anweisen. Ah f*** ich. Warte kurz. Kommt mit. Ah gut. Wieso bist du einfach weitergelaufen? Nein. Da. Nice. Nice. Ich dachte, hier ist irgendwo vielleicht weggegangen. Ich gehe unten durch. Ja, da kommt er. Ich bin gerade von Wort geumpelt. Nicht, dass ich dafür geflasht. Ja, das könnte mit 4 gegen 5 gewinnen. Das würde ich sagen. Ja, schon. Mein Support hat 2 von 3 Kills. Ups. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich muss mal schauen, ich glaube, mein Mikrofon schädig nicht mehr aufnehmen. Sonst muss ich in Zukunft meine Stimme und meine Stimme jetzt auch aufnehmen. Ich hoffe, niemand holt den Dubuff. Oh nein. Nein. Kannst du schon mal anfangen? Ich arbeite sonst schon. Ja. Kannst du schon ausziehen? Also ja, ausziehen. Hättest du warten, dann wäre ich gleich kaputt dein Gang. Okay. Ja. Ich habe jetzt also keine Mana. Also jetzt habe ich jetzt also weg. Du hast mich gankt gut? Ja, genau. Wie ist alles? Ja, ich kann vor den Lantern. Komm da hin. Nice. Ja, ich habe eine Mana. Scheiße. Das ist echt das Problem. Ja. Sorry. Ich habe kein Problem. Feed, 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 Jungle. Feed. Komm fort. Was? Ich habe schon drei. Okay, zwei zählen. Drei Tote? WTF? Zähle ich zwei? Ich kann 100% Kill participate. Du hast vier Assists. Nein, zwei Kills und zwei Assists. Ja, jetzt hat es Gang Bang Kill gemacht. Ja. Ah fuck, ich bleibe so ein Liebes. Du schaffst. Du bist dort abwachen oder egal. Das ist trotzdem. Ich komme jetzt gerade wieder im Springer Ready. Flash. Fuck, die Schuhe. Eben, Flash. Da drüben. Komm, dann mach ich das so. Komm. Oh, die sind zu klein worden. Ich bin nicht. Ja. Er hat den Kills. Ja. Er ist nicht gekommen. Ja, ich wollte ihn nicht nachsehen. Dann habe ich gesehen, wo du kommst. Der bringt sich rein. Ich wollte ihn nur tot. Also Ziel. 100% Kill. Positive Patience. Ende vom Game. Das war's eigentlich. Kannst du gar nicht mehr reichen. Ah nein, wer hat den Kills gemacht? Ja, aber Gang Bang. Ich habe ja vorgelegt. Haha. Zweiger ist so gemein mit mir. Soll ich mal mehr Lenko-Gang? Du musst schon warten. Scheisse. Ich wollte nur das W. Aha. Komm ich dann. Du bekommst. Du bekommst. Du bekommst. Hast du dich jetzt gerade geflasht? Ja. Ich meinte, du hast mir Mord gemacht. Egal. Vielleicht hätte der Teil. Bleib da. Was? Ach komm, was ist das? Ich mache dir ja nichts schuldig. Komm zu mir. Sie sind auch 80 Rüstig. Schau mal hier im Veve. Ich bin genau dumm. Ich verstehe. Ich bin genau dumm. Nein. Ah, du bist so enttroll. Weisst du, du spielst nicht mal auf ADC. Ja. Du spielst nicht mal auf ADC, wenn du die Schuhe nimmst. Pushen wir Tower, komm. Ja. Ja, du bist so enttäuscht. Und kein Wort. Oh. Ui. Schau dir noch. Wieso? Mann, ich bin am Feiden. Direkt auf, noch mit dem Abrac. Ich bin der Fall. Sie haben ihn in. Sie haben ihn im Fall. Und ich bin der Fall. Das ist gut. Ich bin der Fallen gegenbrückend. Ich verleum. Ich bin der Fall. Ein bisschen lustig, wie die Widerste positiv sind und wo die Widerste positiv sind. Nein! Wer wegkommt? What?! Alter, was ist das gewesen? Shit! Ich hab ja gesagt, der macht brutalen Schaden, das ist unfair. Das ist unfair. Super! Vor allem, ich habe nur AP, wir machen nur mehr Schaden. Alter! Flex! Warte, ich werde komplett safe. Das schaffst du schon. Was hätte ich denn von Seiten mit den Graves? Gell! Noch der. Ja, jetzt nicht mehr. Kommt! Da ist Double Water. Ich brauche nachher Hilfe beim Cleaver. Keine Sweeper. Äh, oh. Hilfe für mich. Der ist schon Level 11. Level 11 ist immer zu easy. Wollen wir einen goe killen? Nein, sterben. MAKE A CHANCE. Okay. Nein! Ich habe den Ding nicht bekommen. Blubacht. Ähm. So wie nie, ja. Wie heisst du scheiss Vogel? Vogel hat das nicht noch. Halt du das Damage hin. Ich habe den Td-T-Quarde. Das ist nicht fair. Wenn Td-T-Quarde ist, ist nicht fair. Ich habe den Ganker. Einfach nur etwas Unnötiges. Danke! Was?! Was?! Nice! Ich wäre, glaube ich, überrascht. Ich könnte direkt re-laisen, sonst bin ich einfach zu wenig tanken. Ich bin auch auf 1. Ich bin mehr auf 1 als 1. Oh! Oh nein, wir sind genau gleich am fliegen. Oh nein, ich habe noch einen, den ich nicht zähle. Das finde ich nett. Für Anime Minions. Das ist nicht verwunderlich. Okay, das ist für die Jungle. Ich würde jetzt wirklich alle Thras spielen. Ja, du musst nicht alle Kills klauen, aufs Tank, äh, was du spielst. Das kannst du nicht machen. So? Ja, es bringt zu, ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Warum, wenn du gesehen hast, was Jinx gehabt ist. Warum hast du nicht einfach den Support-Item verkauft? Das bringt dir gar nichts. Doch, Lebe. Ja, aber der Hauptsache ist eigentlich, weil du die ganze Life der Lame bist. Boah! Boah! Noobs! Noobs everywhere! Oh, und er ist genau fertig. Schau dir an! Er braucht nicht mehr sein Weg! Oh! 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 Ich habe nicht so einen 60-60 Schaden geholfen. Ich bin doch nicht mehr. Oh fuck. Not damage. Oh, oops. Okay. Oh, ich glaube, ich habe nicht mehr versucht. Ich kann welcher Flash nach der Warjump nach hinteren holen. Nein, er hat ihn gekostet. Ah, scheiss Pfand. Ist die. Ich bilde mich, glaube. Enki. Verarscht. Weisst du, Weykar ist gar nicht heizig. Miii. Danke. Ich kann dich gerne, Yangtang. WTF? Du bist so blöd. Ich habe immer nur seine Boots mit heim. Oh, fuck. Ich bin echt so blöd. Warum? Ich habe für dich das Ding. Stopp. Stopp. Bin ich eigentlich behindert? Nein Mann, sicher nicht. Ja, ich kann nur einen Fussbeinen. Also dich. Eben. Ja. Man, wenn ich das erste Seite BF schickele, kann ich mir das mal etwas erklären. Was? Ja, nein, nein, nein. Ah, da haben wir von Klappen. Nein. Du hast die Klappen nicht sein. Ah, ja gut. Nein. Ho, stum. Hitte. Wenn ihr jetzt braucht das Ding. Eben. Hitte. Nichts Energie. Nehmen rein. No. Minion. Ja. Wie die Tower Gideon ist ergein. Bist du dir aufgefallen? Ja! Braves! Da waren so Fighters! WTF? Die Tower, die habe ich nicht abgedorben. Die weichen nicht hier. I'm glad. Ich wollte zuerst auch immer... Ja. Botlane, ich würde die Tower eher schützen. Ich würde die Tower eher schützen. Was ist das? Hä? Na das hätte ich auch. Die Tür zuerst. Na Timur. Na! Da! Oh! 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 Ah! 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 Ach! Du willst doch einfach sterben, oder? Ich habe gemeint, ich mache dir genug Damage. Das war knapp. Ah ja. Ihr sind da einfach bei mir gewesen. Hm? Ihr sind da vorne gewesen, wenn ich gestorben bin. Wo? Dann hätte ich halt den J-Stunst. Wo soll ich Stun nehmen? Ich habe einen Stun verbraucht, damit ich auch eine One-Hütte kann, aber irgendwie... Komm! Nice. Ich meine, Arno ist gut. Gell. Das Geschlechts-Emit hatte ich schon lange nicht mit Katharina. So ist fast nicht einfach One-Hit. Mit zwei Skills. Oh, fuck! Das heilte Bild von Grids, muss ich das verstehen. Oh oh. Ja. Oh nein, wegschloss. Aua, power. Oh nein, ich bin gerne wegschloss. Aha! Oh! Super! Das Telefon habe ich herzlich nicht gebraucht. Ich bin hier, aber du hast mich direkt nicht. Komm, gehen wir rein, ich habe meine Ulti wieder. Oh Mann, ey. Häng doch auf, bist du blöd! Ich bin tief gegen fünf, hätten wir ein Sekunden. Oh oh. Hey, ich stehe Lebensmüt, dass die nicht aufnehmen. Ja, ist klar. Sorry. Ich tank, ich tank. Ich tank. Ich tank. Ich tank. Ich tank. Ich tank. Ich habe keine Läufe hier. Sie läufst nicht hängen. Hau ab. Boah! Nein! Ich tank. Ich tank. Ich tank. Geht denn! Was kicken wir in die Fresse rein? Why not? Ich habe keinen Zweck, wie gestorben bin. Ja, ich habe keinen Zweck, wie gestorben bin. Es waren eben Millimeterunterschiede. Es waren Millimeterunterschiede. Millimeterunterschied. Von hier zu hier. Er ist schon Millimeterunterschied. Nein, weisst du. Ich bin eben zuerst da und er da gestanden. Und dann ist er. Achso, und dann hätte ich wieder durchgelaufen oder was? Ja, genau. Aha. Wahrscheinlich macht jetzt Baron oder Erkeningress. Nein. Und die Red. Achtung. GP, GP, GP. GP. Also K.O. Ich kann den Halb. Wie viel Life hat der? Wenig. Ich merke es. 85 hat er es. Ah, das ist so ein Dichser. Wunderlich. Ihr müsst 1-Z-Shit sein. Nein! Er ist ein bisschen zu weit weg gestanden. Wunderlich. Ich glaube es nicht. Er flasht mich an. Schau dir die Hure an. Hätte ich mal ein bisschen AD-Items geholt, wäre er du gewesen. Ja. Komm, Götze. Komm, Spass. Nein! Aha! Aha! Ein Zwitter. Jawoll! Nein! Jetzt habe ich gerade vier Leute von denen umgebracht. Alle aus der Anivia. Grace habe ich auf der Bord dann auch noch gehört. Anivia? Nein, sie schafft es nicht, oder? Luuuub! I want it! Nein! Haha! Ich habe sie so gut gultet. Geil. Ich glaube, ich komme zur Uni. Also wenn ich eigentlich hier zu sein brauche. Haha! Du hast es weggezogen und ich habe einfach Steni getroffen. So nein! Nein! Ich habe sie sich mal hier. Nein, Kreise. Er hofft! Wenn wir das nur gewinnen. Mit vier gegen fünf. Ich denke jetzt auch immer noch zu gewinnen. Das ist eine erste Stunde, die ich spüren würde. Ich meine, das ist ein 3 gegen 5 gewonnen, wo ich Nasus gespielt habe. Der ist da noch dabei gewesen. Ich habe nur die Nasus zu schauen, oder? Ja, ja. Bei Nasus kann Schattament im Endgame immer weit umso mehr aufgehen. Bei dir hat es sich aber sehr lange in die Länge gezogen. Oh, no! Ich komme! Ich komme! Oh, oh! Ich bin ein wenig Autofanage. Und ich bin ein bisschen langsam. Oh! Ähm... Ich habe Sonja als Tuzzle. Was?! Autofanage. Geh weg, geh weg, go weg, go weg, go weg, go weg. Was? 4 Minuten kann sich... Ah, nein, keinem. I can't believe it, Alter. Na gut, jetzt geh ich weg. Ich gehe Orangensaft drängen. Was meinst du, wenn ich das Produktplacement mache, bekomme ich noch Geld? Nein. Und tschüss. Du hast den M-Classic, Orangensaft von Migros, Binnentum. Goldige Jonas-Tum. Hahaha. Jetzt, kommet! Ja! Ja! Komm! Oh! Geiler Engage! Von Katarina! Das fackt ihn. Jetzt wird er. Schmerzen in mein Herz. Warte auf mich! Das fack. Bottlen in hoch. Ohohohoh. Es wird lustig mit dem Warden, die ist gut. Schau mal mit all diesen Stings, Dragon. Sind alle richtig froh. Ok, durch Medaille. Nicht zu ganz, ja. Das macht auch nichts. Nein, nein, der kommt weg. Oh ja. Disengage. Ich weiß nicht, ob es zu schlafen ist. Mal mal. Fuck it. Nein, nein, nein. Das ist so, wie ich gerne klappt. Ich habe jetzt auch noch Sonja als Rediker. Das ist meine. Ich habe schon die ganze Menge gekriegt. Das ist nice. Wo ist der Vega? Da ist die und da ist der Vega. Ein Vogel kommt in die Mitte. Und da ist ein Veigar. Also, go away. So, und du bist zurück. Und du bist da. 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 Und da ist sie. Und du bist da. Und du bist da. Oh, ah, he. Ah, he. Ah, he. Was ist der Boss? Geisset. Ich weiß gar nicht, ob ich mir noch ein paar DFG holen soll. Grab! Nein, komm, man kann DFG. Oh, ist gut. Oh, ist gut. Merch. Jawohl. GP! Go, Anu! Go, Anu! Gut. Der Vorhand ist jetzt Baron. Nein, nein. Doch. Ich würde sagen. Ich bin nicht. I know they want me. Der, der, der. Ich kann in Ordnung. Okay, doch jetzt habe ich. Hallo. Ich hole mir den. Ich hole mir den. Ich hole mir den, scheiss Ding. Flash, ult. Hatt sie jetzt schon. Wo gehst du schon hin? Wie gesagt, Flash, ult. PENTAGILL. Haha, GG. Das hat er auf die Aufnahme. Juhu. Der Wind tippt, weisst du? OP. OP. Nice. Gehnt gut einfach bitte. Wir haben den Nexus auch verloren. Ja. Ah. 13. Oh shit. Wie hast du das geschafft? Ja, OP. So ein schlechtes Gameplay hast du mit der Katna schon lange nicht mehr gehabt. Das ist echt so. Ja, am Anfang war es ein bisschen gay. Ah. 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 Das hätte sie doch früher machen können. Haha. Schön. Ich bin gern gebrauchen. Genug. Ah easy, Junge. Ich konnte dich sogar zweimal benutzen. Ohne Scheiss. Ja. Ich hätte es sogar schon nach 3 kills 2 benutzen können. Aber ich sehe schnell für Sunny wie noch... Ah. Little Beat. Mit jedem Mal, wo man Smite benutzt, kann man mir Schaden machen. Was? Nein. Jawohl. Ich habe eine Ulti bekommen. Ja, bleib, bleib, bleib. Oh, dankeschön. Geht weg. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Dort, wo ich es auch nicht gemacht habe. Oh, oh. Hunter. Warum? Because I can. Oh, oh. Oh, wenn ich dann das noch bekomme. Oh, wenn ich dann das noch bekomme. Halt. 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 Nein, nicht so. Halt. 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 Ich will ihm nur sagen, Jigs geht. Ich kann jetzt nicht. Halt. Halt. Help me. Ich kann go out, bitte. Ich bin der Vorbild. Ah, ich brauche noch ein bisschen etwas. Ich auch. Aber es ist nicht mehr so viel. Ich kann nicht, das ist der Geschäft. Ich glaube jetzt 10, oder? Nur nur 3, 1. Fuck. Also fehlt mir die Kumpel. Woher läuft ihr? Läuft ihr zu mir? Oh, du hast keinen Fall. Wurf. Wurf. Cool. Pick ihn. Misch mit mir. Fuck. Das ist immer schreit, wenn du Resets bekommst. Geil. Ich bin der Vorbild. Warte, ich bin der Vorbild. Ich bin der Vorbild. Ich bin der Vorbild. Ich muss das Teil auf mir pushen. Nein! Ich habe einen Bot lane am pushen, sorry. Kann ich nicht haben. Can you go there? Ich muss zurück. Ich freue mich schon, dass ich zu full item bin. Okay, ich kann nicht mehr werden. Molli, indem wir nachher nochmal Baron holen. Blue und Red Buff. 1 gegen 5, Pentakill und Baron. Und das Beste ist sie, ich bin hier full live. Oh nein, ich bin gar nicht full live. Wir müssen pushen. Wir müssen weg. Möhrchen rein. Möhrchen. Ähm, wir gehen dir auf Marble. Ich kann nicht mehr schreiben. Möhrchen. Und du? Ich. Ich wollte gar nicht Ulti machen. Oder einfach gar nicht gemacht. Hä, warum hast du mir das verdreht? Ich. Kommt ihr. Nein, ich bin gerade der Bot lane. Ich muss den Gager hier mit dem Pantheon Stunt ausheben. Ja, dann komm doch auch mal. Ja, komm. Ähm, Bot lane ist hier. Ach, ich kenne dich nicht. Wo ist das? Warum? Weil man das zufrieden ist. Oh, der blingte zurück. O, der blingte zurück. NOOOOH. Möhrchen. Wir brauchen hier ein bisschen Hilfe und brauchen das Problem auch. Sie können auch gerne zu mir kommen, ich habe einfach zu immer wenig Schaden. Was? Was? Ja da, ich brauche die Hilfe. Ich habe nicht den Turm. Hey Scheisse man, wie Lacki muss man sein. Kannst du dich? Nein, einfach nicht. Wer? Poppy. Kannst du mir etwas sagen? Ich kann auch nicht so viel laufen. Der hat ja noch etwas gesagt. Der holen wir uns. Nein, kommt auch Rap-Up, du kannst ihn haben. Ich brauche noch nie. Komm und beschütze dich nie. Soll ich ihn nehmen? Sicher nicht. Ich brauche ihn nicht. Das macht wahrscheinlich kein einziger Out-Attack-In-Fight durch. Ja voll. Beschäftigt wie mit Buttons-Click. Ja voll. Easy, ich gehe jetzt aber mal. Fuck, da kommt Graves. Ah fuck, hättest du sie. Schnell wer? Wollen wir? Wollen wir ihn? Ich glaube, nein. Wir sind sie, glaube ich. Okay, gehen wir weg. Komm, wir gehen in. Komm, wir kommen, glaube auch. Okay, wir gehen in. Oh, fuck. Der hat sich auch noch ein. Ah fuck, der hat sich auch noch ein. Boah, ich bin nicht mehr so schnell auf Energy. Ich bin nicht mehr so schnell auf Energy. Ich bin nicht mehr so schnell auf Energy. Ich kann nicht mehr so schnell auf Energy. Oh, fuck it. Ja. Was ist das? 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 34 Kp hat die Uhr Auch da Auf der Base Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein Ah, schade Was ist das? Wie ist das? Ah, schade Ey, der Lanter Ah, GG, gut Kept aber noch fast hier Was ist ein bisschen übertreiben Hast du eine Schier-Ulti? Go, Jinx Komm, Gangplank Wir können nur gewinnen Gangplank Oh, der ist so geschehen Ah Also das wäre es dann gewesen Wir hoffen, es hätte euch gefallen Schier gewonnen Eilig verloren Frech, ID, OP Das war's Ciao, bis zum nächsten Mal Tschüss